Die andere Seite der Welt. Ich frage mich, ob ich weit genug gereist bin. Hier bin ich ein Fremder. Sogar vor mir selbst. Sind Sie im Auftrag Englands hier? Wir sind auf Entdeckungsreise und nicht auf Eroberungsreise. Gott, das ist paradiesisch. Sie halten Sie für einen Gott? Sie könnten ein König sein. Regieren? Wir gehören nicht hierher. Ich schon. Man gab mir ein Schwert, damit ich über ein Reich größer als England herrsche. Aber ich habe genug vom Töten. Zu schwach und zu töten. Und auch zu schwach, um zu herrschen. Um Frieden zu finden, müssen wir leider Krieg führen. Das hier ist Krieg! Um im Dschungel zu regieren, muss man den Dschungel lieben. Alles daran. Die Schönheit. Aber auch das Blut.